Ich sag's nur noch mal so, lieber Fake Arnold, ich habe ja bei meinen Kanalpunkten auch die Option, dass jemand von euch für, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 2000, 3000 Punkte, das waren ein paar mehr Punkte, einen Streamer-Vorschick, den man raiden könnte, falls er gerade online ist. Wenn du also entsprechend bei noch anderen aktiv bist, kannst du auch mal gerne vorschlagen bei Zeiten. 3K, okay. Ne? Weil, wenn du dir empfehlen kannst, und das wirst du wahrscheinlich können und wollen, wenn du bei dir noch Mod bist, dann hau gerne raus. Das? Die Intruders sind bereit, um die Zehlde zu kommen. Und wir werden uns auf den Fall verleten. Es gibt ein altes Liedian-Verschönen-Verschönen-Verschönen-Verschönen-Verschönen-Verschönen-Verschönen-Verschönen-Verschönen. Ja, wir haben das auch. Wir sind hier. Das ist eine Chance für uns. Wir sind auf diese Scheine. Wir können in den Schatten bleiben, sehen, wo sie die Kartabula nehmen, und machen was, um sie zu stoppen. Du hast immer die Chance für etwas Großes gemacht. Ja. Das ist alles gut und gut. Aber wenn wir nicht von diesem Schatten rauskommen, sind wir wirklich zurück in ein Körner hier. Wir können nicht von diesem Schatten rauskommen. Aber vielleicht kann ich irgendwo auf dem Schatten beantragen. Auf dem Schatten. Wir sehen uns, dass die Wärme-Engine aufgerüstet ist. Ja, wir haben das aufgehört. Wir haben keine Weg, dich aus der Zeldie zu evakuieren. Äh, nun ist es ein kleiner Rage-Streamer und die anderen bedient ein anderes Genre. Eher unpassend für dich. Ja, sag ja bloß. Äh, aber kleiner als ich kann man kaum sein und noch mehr Rage-Streams kann man auch nicht haben eigentlich, also. Machst du Sound-Alert stumm? Das wäre nice. Was? Wie, Sound-Alert stumm machen? Meinst du jetzt meine generellen Stream-Sounds? Oder was für ein Sound-Alert meinst du, Fenra? Äh, ich habe mich bei dir auf dem YouTube-Kanal fast verlaufen. Ach, Sound-Alert stumm, stumm, stumm. Ich kann nicht lesen. Ich sage immer, ich kann nicht lesen. Sound-Alert stumm, stumm, stumm. Okay. Könnt man theoretisch einrichten? Ich habe, muss überlegen, ich habe ja extra Sound-Alerts aufgenommen und gemacht für den Stream. Vielleicht kann ich ja mal, vielleicht kann ich ja mal tatsächlich sowas einführen mit Kanalpunkten. Das ist vielleicht eine Idee. Dass ich abstimmen lasse, äh, äh, in der Auswahl von der Musik, die ich habe, ob ich da Sound-Alerts für basteln soll, für einen bestimmten Zeitraum. Das wäre eine Idee vielleicht. Äh, okay, okay. Äh, we have a plan. Find us later, duty calls. Ja. Aber er freut sich drüber. Ja, Shovak. Der mag uns. Ich mache mir die ganze Zeit, die von Bukanja. Ja, ich bin. Ich soll es auch wie ich selbst. Ich bin ja auch zu einem Achtervulkanja. Wissen viele nicht, aber ist so. Mess Hall. Oh, ja, oh. Ich muss mal aussuchen, wohin, ja. Toll. Ach, hier ist die Brücke? Äh, dazu Brücke, würde ich sagen. Brücke ist immer ganz geil. Wobei, wenn man mal spielenieren will. Ah, Brücke, da hast du die meisten Kontrolle, theoretisch. Ähm, diese Alerts beleben einen Stream und locken wesentlich mehr Viewer an. Ja, ich habe mich generell noch mit Sound Alerts gar nicht so sehr beschäftigt. Ich habe halt bloß die Alerts für neuer Follower, neues Abo und Raids. Und der Rest ist halt, keine Ahnung, noch nicht eingerichtet und so weiter. Und ja, ich kann auch Chat-Sounds-Punkte einbauen, das weiß ich. Da muss ich aber ehrlich sagen, die Chat-Sounds, die man so mit Kanal-Buckern dritt, habe ich aktuell noch bewusst nicht reingenommen. Das ist zwar eine coole Streaming-Sache, aber ich glaube, das ist auf YouTube da ein bisschen merkwürdig. Generell auch jetzt ist also so ein bisschen das Problemchen, würde ich mal sagen. Und die Gradwanderung, die ich mache. Ich mache ja Twitch und YouTube immer noch nebenbei nachher wie vor. Alles, was auf Twitch kommt, kommt nachher auf YouTube. Und diese Momente, wie jetzt gerade zum Beispiel, die ich auf Twitch halt schon habe, weil ich jetzt rede mit euch, da passiert da überhaupt nichts auf dem Bildschirm. Das ist im Chat bei Twitch cool, bei YouTube halt schwierig. Wenn da noch Sound Alerts dazukommen, glaube ich, wäre es für viele YouTuber wiederum auch kacke. Ich bin da noch gar nicht ganz sicher, wie ich das tatsächlich komplett umsetzen will. Wobei ich aber auch davon ausgehen werde, dass jetzt zum Beispiel Diablo 4 werde ich wahrscheinlich sehr viel bloß streamen. Und auch vielleicht gar nicht auf YouTube rüberladen. Muss ich gucken, je nachdem, was da für eine Menge an Sachen zusammenkommt. Dass ich da vielleicht so etwas wie Sound Alerts schon eher einbauen werde. Und dann vielleicht ein paar Let's Plays habe ich es drin, ein paar habe ich es nicht, aber... Da bin ich auch noch am überlegen und gucken und machen. Ich will noch keine feste Sache für irgendwas festlegen. Nur, dass ihr ungefähr wisst, was ich da bereits im Hinterkopf habe und was ich da auch zu bedenken habe irgendwo. Egal. Andere Fenrir. Wenn er stirbt, zum Beispiel... Döde Gaunt da, je nach Game. Okay. Geh mal Kaffee holen und dann grillen. Grillen klingt gut, heute habe ich... Hätte ich auch gerne. Hab schon Bock. Was? Ah, ich kann mich jetzt aussuchen. Na toll. Ja, dann... Cargo Bay, dass die was los... Sag ich ja. Komm zurück. Achso. Klick, warte. Klick, klick, klick. Durch alles normal machen? Nein. Transport. Transport. Come on, Bell. Los, du Glocke. War klar. Bell. Na, passt du doch. Der löst sich auf. Fuck. Aua. Ach, fies. Energize. Ei, 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 ei. Das ist böse. Das war nicht irgendwer. Boah, krass. Blöde Kuh. Ich fand sie von Anfang an suspekt. Jetzt, wo sich von einem Alien kompromittiert wurde... Ja, erst recht. Fucks, läufig. Ah, fies. Ah, die Hände. Also die Tankspiele, das ist ganz grausig, diese Vorstellung. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, die können walken, ja? Ego, das ist ja die Tankspiele an der Worte. Die wissen wahrscheinlich nicht, wer es gibt. Also, am Anfang des Spiels waren die Entscheidung ja auch so ein bisschen, naja, okay. Langsam werden sie echt fies. Aber das war zu erwarten, es ist klar. Das musste kommen. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Hier ist was passiert in dem Kapitel. Oh, das ist bestimmt sauer auf mich, weil der Chef tot ist. Und der andere Chef ist auf dem Schiff von denen, also. Bloß unter Offiziere hier wahrscheinlich. Ja, das ist es ja. Ich meine, du hast immer die erste Verpflichtung in der Sternflotte auf jeden Fall. Ich glaube, das gilt auch eigentlich nahezu bei uns überall, auf deine eigenen Leute zu achten. Und danach kommen die anderen. Auch wenn das vielleicht ein paar mehr sein sollten. Aber du hast die Verantwortung für deine Crew mehr als die für die eines anderen Schiffes, einer anderen Besatzung. Das ist irgendwie auch sinnig. Auch wenn wohl kann ich ja sagen, das Wohl der vielen wiegt schwerer als das der wenigen. Ist auch sinnig, aber wie gesagt. In der Kommando-Kette und so weiter ist es nicht ganz so einfach dann. Ähm. Ei, ei. Alright, aufsgat. 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 Ah. Wir haben auch unsere eigenen Verlust. Ich dachte ja los. Ich zeige den Käpt'n mal. Die sind ein bisschen gemein aber. Ich zeige den Käpt'n. Ich zeige den Käpt'n mal. 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 Drei. Neutral. Ich zeige den Käpt'n mal. 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 Ich zeige den Käpt'. Ich zeige den Käpt'n. Ich zeige den Käpt'n mal. 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 Ich zeige den Käpt'n blendend aus. Die seien die Intensionen englisch. Die Cyber-Wettling sind gefährlich. Ja, ich glaube es passt schon. Nicht alle davon sind schon kommentiert. Es ist generell immer richtig Bock zuzustimmen, der weiß schon was er macht. Dann los, ab dafür. Das gute alte Doridium. Na, da war ja was. Ja. Ja. Ah. Ah, vielleicht. Ach, vielleicht. Hm. Ja, ich weiß ja nicht genau. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich der Meinung bin, dass sein Gesundheitszustand irgendwie daneben ist. Natürlich sind es ein paar komplexe, auf psychologischer Ebene wegen seinem Versagen und seinem Ruf, aber... Dennoch ist es kein gutes Verhalten, was er hier hat. Das ist auch richtig. Ich glaube, ich nehme die zwei und arbeite die Konsequenzen später ab. Allein.